Ein Besuch im Tierpark Letzte Woche besuchte ich einen Tierpark mit meiner Klasse. Es gab so viele verschiedene Tiere. Löwen, Zebras, Kängurus und sogar Pinguine. Wir sahen eine Vogelshow und ein Papagei sprach zu uns. Es gab auch ein Streichelzoo, wo wir Ziegen und Schafe füttern konnten. Ich habe viele Fotos gemacht. Der Tag war lehrreich und voller Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020